So, da sind wir auch schon wieder willkommen zurück. Weiter geht's. Was mir gerade noch eingefallen ist in der Pause, wir könnten tatsächlich auch noch mal 5 weitere von diesen Steinbruchbohrern mitnehmen. Ne, warte mal, nicht 20. Ach komm, ist eh nur ein Stack. Was soll der Geiz? Genau, Rakete ist fertig. Jo. Jo, warum denn nicht? Kann jetzt natürlich auch schief gehen, ne? Werden wir dann sehen. So, genau. Die Küste stellen wir da wieder mit hin. Das andere Zeug behalten wir. Und die Restteile, die brauchen jetzt da nicht mit rein. Da sind jetzt 149 drin. Ich packe die mal eben hier mit rein. Jo, und dann legen wir einfach los, glaube ich. Da ist ja jetzt alles drin, ne? Nochmal eben einmal kurz drüber gucken. Ja, wir speichern einfach und fliegen los. Bildding gesehen. So. Genau. Das haben wir. Wir haben noch keine Landeplattform. Dementsprechend haben wir nur allgemeine Umgebung. Fracht ist so gut wie voll. Ähm, hm. Jo. Mal gucken, was von der Fracht dann alles übrig bleibt. Ich denke, wir sind ein paar Sachen könnten da um... Oh nein, oder? Nicht ins Wasser, bitte. Das ist gelaufen, glaube ich. Oder kriegen wir das da raus? Not sure. Ähm, ich packe da mal so einen Lagercontainer hin. Ja, Wasser ist natürlich richtig kacke. Kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Oh Mann, ey. Einen Haufen Schrott kriegen wir dazu. Ja, ist ja gut. Ja, das geht ja gut los. Nicht. Die Frage ist halt, ob wir hier wieder 100 von diesen Bauteilen bekommen und ob noch genügend Sprit übrig ist. Achso. Unsere Bots sind damit komplett überfordert. Schrott haben wir auf jeden Fall auch genug da. Und... Schrott haben wir auf jeden Fall auch genug da. Bringt mir gar nichts. Das ist die Gewohnheit gewesen gerade. Aber die Kapsel, die bringt hier tatsächlich nichts. Naja. Oh, wir haben schon weit über 100. Okay, das ist schon mal gut. Das ist eher der Schrott hier, ne? Egal. Nehmen wir trotzdem mit. Das ist ja egal. Ach, Steine. Lol. Können wir das hier auch markieren zum Abriss? Ja. Ach, Fischis haben wir jetzt auch. Egal. Gibt Schlimmeres. Gut. 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 Äh, das dazu. Äh, das ist voll. Ja, okay. So, dann lassen wir das da erstmal drinne, glaube ich. Nehmen ein paar Solarpanel mit. Wir nehmen ein paar Akkus mit. Äh. Pass mal auf. Äh, Landepad. Genau. Landingpad ist da. Dann können wir daneben eigentlich auch das Raketensilo hinstellen. Land Orvis. Äh, Orbit. Ne. Norvis Orbit. Okay. Offensichtlich brauchen wir hier wesentlich weniger Treibstoff. Dann haben... Also, dann sollten wir auf jeden Fall genügend dabei haben. Was wir nicht dabei haben, ist diese räulige Treibstoff-Raffinerie. Ach, Scheiße. Können wir nicht nochmal laden jetzt, ne? Machen wir das direkt? Oder warte mal. Könnten wir theoretisch schnell machen. Ich meine, so viel braucht das Ding nicht. Und wir haben hier eben ein bisschen was zu tun. Warte mal. Ne, wir haben die Sache nicht dabei. Ich glaube, wir laden einfach nochmal, oder? Ja, komm. Vielleicht haben wir dann noch ein bisschen mehr Glück bei unserer Landezone. Weil das war jetzt eben schon nicht so geil, ehrlich gesagt. Was heißt nicht so geil? Das war scheiße. Äh, wenn man das so nennen möchte. Wollen wir sonst, äh, noch irgendwas von vornherein mitnehmen? Ne, eigentlich nicht. Wäre jetzt das Einzige, was mir eingefallen ist. Na komm, speichern wir nochmal. Vielleicht haben wir mehr Glück. Kann ja sein. Okay. Wobei ich glaube, so stark variiert das nicht, ne? Mal gucken. Ja, wenn nicht, dann wissen wir es halt für die Zukunft. Kann man ja mal testen. Ah, näher, andere Location. Okay. Genau. Dann, äh, selbe Spiel, würde ich sagen. Joho, moin Steffen, willkommen. Ja, wir beißen uns hier so ein bisschen durch, ähm, ja, Space Exploration und Castorio durch. Inklusive 248K. Okay. Es ist langwierig. Ich habe generell jeden Abend Kopfschmerzen. Aber es macht einen Heidenspaß. Ist so. Auch wenn man, so wie wir jetzt gerade, auch mal ordentlich auf die Schnauze fällt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das gehört halt dazu. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine bessere Location gefunden. Ja. Ohne, dass die Hälfte hier ins Wasser fällt oder so. Das ist schon okay. Ne, war eine gute Idee. Den Schrott lassen wir jetzt erstmal liegen. Also zum größten Teil. Das ist schon mal. So, dann haben wir den Kanister hier noch. Und dann, achso, oh lol. Jupp. Aber wie gesagt, der Rest ist dann halt erstmal Schrott. Lassen wir liegen. Tritt sich fest. So, im Grunde genommen würde es ja reichen, wenn wir, ne, warte mal, wir stellen das schon hier irgendwo, ach, okay, da müssen wir doch ein bisschen was wegräumen. Aber nur diesen Part hier. Wir können das doch bestimmt genau daneben setzen, oder? Genau. Strom brauchen wir jetzt halt. Machen wir spontan eben so. Na halt, wir haben auch die, genau, die Umspannwerke dabei. Ne, der packt alles zu heim. Da müssen wir, ja, egal. Wir machen es manuell. Aber wir können auf jeden Fall schon mal das Landingpad damit dazu bauen. Äh, genau. So Interesse halber, ne? Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, gucken wir, ob wir die Rakete zusammenbekommen. Weil alles andere, wenn es nicht geht, wäre super heftige Zeitverschwendung. 80. Okay, das ist gut. Raumkapsel. Auch gut. Sehr schön. So. Ich sehe ehrlich gesagt noch kein Problem. Oh, warte mal. Hier können wir doch auch mit den Modulen arbeiten. 15 brauchen wir. Okay. Ja, das ist ja überschaubar. Nice. Ja, war jetzt nicht genug Energie da. Weil es wird gerade dunkel. Wieder super Timing. Man kennt es. Aber egal. Wir können auf jeden Fall. Ja, warte mal. Genau, weil damit kriegen wir dann alle. Und hier in der Mitte können wir noch ein paar von den Umspannwerken hinbauen. Das muss ja nicht hundertprozentig passen. Das muss funktional sein. Und dann ist es gut. Nice. Ja, wenn es noch schon mal gerade dunkel ist, können wir auch Schrott einsammeln. Weil alles andere ist gerade relativ sinnlos. Na gut, komm. Okay. Seit wann kann man die Klippen denn markieren? Wahrscheinlich gibt es dafür später wieder irgendwas. Kann ja sein. So, Schrott haben wir. Das nehmen wir nachher auch wieder mit. Ach, das ist egal. Lass drinnen. Pass schon. So. Dann haben wir... Selte Metall. Da ist Brill. Genau. Und da haben wir Immersid. Da haben wir Immersid. Und hier haben wir Immersid. Das sind die drei Quellen. Mehr gibt es hier nicht. Ja. Aber das ist in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Beryl an. Nehmen wir hier die 500k. Da haben wir nochmal... Ja. Es ist halt Kleinkram. Aber egal. Und ja, dieses Fenster nervt. So. Genau. Wir haben die fetten Miner mit dabei. Genau. Ach, warte mal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir genügend Tunnel da... Ne, wir machen die billige Variante. Weil irgendwann werden uns die Tunnel ausgehen. Ach so. Ach so. So, und dann haben wir nämlich schon alles da. Sehr cool. Achso, warte, haben wir Dings dabei, Radaranlagen. Ja, haben wir auch dabei, sehr cool. Immerhin etwas. Sollten wir vielleicht ein bisschen sparsamer mit sein, weil frisst Saft. Gut. Wir müssen später mal gucken, wie wir das Zeug zusammenfassen. Ne, müssen wir gar nicht. Wir können auch die Signale einfach über die Stromleitung weiter verteilen. Dann ist so die Frage, haben wir genug dabei? Wir haben noch 92. Doch, das könnte gehen. Mal sehen. Achso, wenn wir noch Solarpanel mitnehmen, wäre das richtig schlau, ne? Na komm. So. Wir werden das mit den Solarpanels später noch ein bisschen ausbauen, aber erstmal relativ egal. Mal, so. Wir werden dann später... Ja, wir müssen das schon, ne? Ne. Wir fangen erst mal mit dem hier an, dann haben wir da schon mal diese ganze Signalgeschichte. Wir brauchen einen Receiver. Und später brauchen wir noch einen Transmitter. Ja, aber erstmal den Receiver. Scheint zu gehen. Und wir müssen dann nachher mal gucken, dass wir die Dings ranbekommen, die Dinge für die Bauteile, die wir schon vorbereitet haben. Das würde heißen, wir packen hier... Naja, wir machen das noch mit so einer. Ist eigentlich momentan schwachsinnig, aber ist egal. Und wir sagen ihm hier, dass du da nur, keine Ahnung, 200... Ja, wir können hier theoretisch auch ein Logistiknetzwerk aufbauen, aber ich habe nur 10 Roboports dabei oder so. Ja. Sehen wir dann. Auf jeden Fall kein Säft. Das war mir klar. Ich meine praktischerweise ist der Planet ja nicht so groß. Kann man schon ein bisschen was machen. So, der ist immer noch nicht voll. Dann kriegt er auch noch mal ein bisschen Sprit mit dazu. So, und wir wollten haben Solarpanel. Genau. Genau. So, was haben wir hier? Ist schon bald ein Fuffi. Nice. Ach so, das war es schon wieder. Ach, kommt her. Ja. Ja. Warte mal, wie viele Akkus haben wir noch? Fünf. Okay. Machen wir 50 raus. Das ist okay. Das ist halt lächerlich. Egal. Wir werden uns das hier ein Weilchen angucken auf jeden Fall. Und dann entscheiden wir später, was wir noch dazu bauen. Aber ich denke, wir werden hier schon einfach alles an Solarpanel und Akkus verbrauchen, was wir da haben. Weil alles andere wäre eh ein bisschen dumm. Beziehungsweise wäre Verschwendung. Ich denke, wir nehmen das hier. Ja, das sind die fetteren. Das sind vier von diesen Quellen. Wir fliegen da mal hoch und lassen ihn hier einfach mal machen. Was hat denn der da jetzt? Hä? Moment. Halt, stopp. Warte mal. Ah, falsches Ding ausgewählt. Äh. Gut. Halb so wild. Passt schon. Wir müssen auch drauf achten. Wir haben nicht endlos viel von dem Treibstoff dabei, ne? Warum ist eigentlich jetzt gerade Silvester hier in der Stadt oder was? Wollen die mich verarschen? Irgendwer Böller da draußen rum. Komplett behindert. Als ob die gekifft hätten, ey. So. Ähm. Da haben wir sie. Da. Genau. Yes. Oh. Wie viele Umspannwerke haben wir noch? 34. Ja, wir können noch ein bisschen was machen. Aber wir sind hier natürlich sehr stark limitiert, ne? Das kennt man halt nicht mehr. Aber egal. Wir kriegen da irgendwas raus. Ist schon okay. So. Oh, true. Wir haben hier übrigens keine Meteoritenverteidigung. Könnte also interessant werden. Gut. Ja, es ist halt die Frage, ne? Ich würde am liebsten das Zeug irgendwie mit dem Kram da unten kombinieren. Wird aber höchstwahrscheinlich nicht möglich sein. Ich meine, wir können da gewisse Strecke mit, äh, an die wir haben keine Logistikroboter. Äh. Ne, pass auf. Dann machen wir das so, dass wir einfach die Signale dann per Stromleitung verbinden. Weil dann können wir diese, ähm, ja, diese Transportlaser überall hinstellen, wo wir wollen. Dann ist es easy. Das heißt, wir müssten mit den Leitungen hier, da haben wir netterweise auch 100 Stück von dabei. Das ist gut. Ja, dann verbinden wir das auch alles hier. Okay, wird trotzdem interessant. Naja, mal sehen. Wir müssen auch noch genügend von diesen Logistikkabeln vorhalten. Da haben wir, ja, haben wir auch 200 dabei. Das sollte eigentlich gehen. Oh. Huch. Mhm. Ja. Wie gesagt, wir kombinieren alle Netze hier. Also alles an Energie. Und das machen wir auch von hier, ähm, zum Raketensilo. Upsi. Einer reicht. Ach so, wird gerade dunkel. Ja, ist okay. So. Und wir kommen hier auf jeden Fall wieder weg. Halt, warte mal. Vielleicht auch nicht. Doch. Kommen wir auch hin. Das passt. Genau, Landingpet. Immer wichtig, ne? Da darf man nicht vergessen auszuwählen. Sonst hast du wieder einen riesen Chaos. Okay. Ja, Akkus haben wir genügend. Ich weiß nicht, ob die Solarpanel reichen, wenn ich so ehrlich bin. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Ach so, das ist ne Klippe. Lol. Daneben nicht. Gut. Ja, wir werden die Solarpanel-Geschichte trotzdem noch weiter ausbauen. Oder nur über die Solarpanel-Geschichte. Hm. Die kommen ja gefühlt ziemlich häufig. Na gut. Wie weit können wir denn mit diesen Signalkabeln eigentlich gehen? Weil ich glaube, das würde niemals gehen, oder? Doch, das... Oh, das geht. Das ist ja geil. Ach so, warte mal. Die passen sich immer den Stromleitungen an, oder? Kann das sein? So, ach so, warte mal. Den müssen wir noch konfigurieren. Okay. So. Und da müssen wir das Richtige wieder auswählen. Dann sollte der sein. Genau. Und da gehen wir mal, keine Ahnung, auf den Tausender. Genau. Und jetzt brauchen wir im Prinzip dieses Signalkabel noch beim Immerseed. Also, ja, werden wir jetzt eine ganze Menge Spaß haben, den Kram zu verkabeln. Opsi. Einmal mitten durch die Wallachai. Natürlich haben wir hier diverse Probleme. Wir haben eben schon die Meteoriten gesehen. Es kann sein, dass hier ein koronaler Massenauswurf ankommt, wofür wir noch keine Verteidigung hier haben. Das sind alles Dinge, die passieren können. Ich würde tatsächlich erstmal wieder Glücksspiel betreiben. Ja, das sind so Sachen, da können wir uns später drum kümmern. So, da sind wir. Darüber, hier rüber, darüber, hier rüber. Genau, und dann können wir hier dasselbe Spiel nochmal machen. Ja, einfach hier. Ist egal. Immersid-Kristall? Warte mal. Moment mal. Ach, ich wollte schon kurz sagen. Das wäre es jetzt doch gewesen, ey. Nee, kannst du nicht hochschicken, weil musst du erst mal verarbeiten. Nee, nee, aber das scheint zu gehen. Genau, Ruhe ist Immersid. Und dann machen wir, keine Ahnung, wie 100 ist. Ist total egal. Eigentlich können wir das auch so rum machen, ne? Ja, machen wir halt nur 200 plus die entsprechende Kapsel. Yes. Ich glaube, energietechnisch scheint das aber schon mal hinzukommen, ne? Mal sehen. Wir können hier drüben aber trotzdem noch eben so ein paar hinsetzen. Einmal hier so und einmal hier so. Ich meine, warum nicht nutzen, wenn man es eh dabei hat? So, und bei denen brauche ich es hier, ne? Das sind ja eh nur vier Stück. Die können sogar mit diesen Slots was anfangen. Wir haben hier jetzt eine Produktion von 18,7 pro Sekunde. Ich glaube, wir brauchen hier gar nicht großartig mit Effektverteidern arbeiten. Äh. Ich habe doch Ruhe ist immer, sieht ausgewählt, oder? Ja. Ach, 400, ja. Ne, ist okay, passt. Genau. Nächster Schritt wäre dann, die eulen Kapseln hierher zu bekommen. Und das ist halt nochmal so ein Ding. Und das ist halt nochmal so ein Ding. Also am einfachsten wäre, äh, am einfachsten wäre es echt gewesen, einfach mehr von diesen Transmittern und Receivern mitzunehmen. Wir fangen jetzt einfach mal hier an. Ach da. Äh, andere Frage. Ach, das war die Geschichte mit... Ja, vergiss es, mit den Batterien. Ist okay. So, äh, das ist der hier. Und der hängt damit zusammen. Ach stimmt, genau, das war die Treibstoffgeschichte. Wir brauchen aber jetzt erstmal nur diese vier hier. Genau, die müssen wir noch fertig konfigurieren. Das nur, wenn Kupfer kleiner ist als 200. Wie viel haut er da insgesamt rein? Ein Stack, oder? Und dann den zweiten halt, genau. Oder auch nicht. Okay, ja, perfekt. Dann passt es. Genau, dann machen wir dasselbe hier mit den Leichtbauteilen. Was hatten die? 100. Genau, dann machen wir hier 100. Genau. Äh, die Kollegen waren dann wie viel? 50? Ja, 50. Dann machen wir das hier auch. Genau, dann haben wir noch Sprengstoff übrig. Sind auch 50. Dann machen wir hier auch 50. So, Ziel der ganzen Geschichte. Und dann machen wir da jetzt am besten hin. Ah. Dies ist da. Können wir die Koordinaten nicht übernehmen? Ne, können wir nicht, ne? Ne. Okay, schade. Ne. Egal. Warte mal, können wir nicht? Ah. Okay, warte mal. Neuer Pin. So, wenn wir jetzt schon hier... Koordinaten wählen. Äh. Okay, schade. Warte mal, Moment. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Verdammt. Autosave. Ach so. Warte mal. Okay. Okay. Vielleicht können wir das auch einfach ändern. Ach so, der hat. Genau. Na ja, jetzt haben wir ja eh nur noch einen übrig. Dann ist ja egal. So. Der ist ja schon mal sehr schön. Okay. 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 Können wir auch direkt da reinschmeißen dann. So, das heißt, wir brauchen eine Montagemaschine. Ja, können wir genau da hinsetzen. Passt schon. Äh. Und das allerdings stellt diese Lieferkapseln her. Ach so, genau. Wir müssen den Kram noch aussortieren. Dann haben wir hier, äh, Kupfer. Dann haben wir hier die Leichtbauteile. Da haben wir Hitzeschilder. Und hier haben wir Sprengstoff. Oh. Ja, hätte man auch Weinvliesband aufteilen können, aber ist mir egal. Okay. Ach so, halt. Kupferdraht. Upsi. Auch das sollte kein Problem sein. Okay. Jo, dann müssen wir den Kram nur noch wieder zurückbekommen. Beziehungsweise halt. Ach, halt. Äh. Äh. Genau, und der Kollege wollte dann hier oben rein. Warte mal, ich will nochmal eben was gegenchecken. Ist das richtig? Ja, der müsste eigentlich dran sein. Okay, pass auf, wir testen das mal. Das heißt, ja, Signal ist da. Okay, sehr schön. Dann können wir ihn aktiv lassen. Aufgrund der Verzögerung hat er jetzt halt nochmal geschossen. Aber jetzt sollte eigentlich Ende sein. Ja, genau. Okay, alles klar. Ja, jetzt haben wir sich nur noch die Problematik, dass wir für das Brill, ja, nochmal so einen Scheiß bräuchten. Wenn wir die ganz hässliche Wahl oder Variante machen würden, könnten wir aus einer Mischung von Undergroundies und Belts den Kram hier rüber schiffen. Ist aber eher ungeil. 300 Schienen werden da auch nicht reichen. Also wenn wir es drauf ankommen lassen würden, könnten wir aus einer Kombination von Schienen und Fließbännern und Tunneln den Kram von A nach B transportieren. Ja, das würde gehen. Äh. Nächstes Mal nehmen wir einfach mehr Receiver mit. Und Transmitter, je nachdem. Aber ja, es würde gehen. Wir haben noch Radaranlagen. Genau, haben wir da. Sehr schön. Radar ist da. Ich setze da unten auch nochmal so ein Ding hin. Dann sieht man da wenigstens was. Und hier so nebenbei auf dem Zwischenstück oder so. Die Energie sollten wir eigentlich haben. Gerade mit den Solarpanels 2.0. Sollte das drinne sein. Und wir werden auch den restlichen Kram, den wir dabei haben, auch irgendwo noch platzieren. Einfach um so ein paar Reserven zu schaffen. Wenn es der Strom verbraucht, zwar wieder zu 98% durch die Radaranlagen definiert. Aber irgendwas ist ja immer, ne? So, dann nehmen wir den hier noch mit dazu. Und dann können wir den restlichen Kram schon gleich bei der Anlage hier hinsetzen, oder? Ja, easy. Nee, noch nicht. Momentan haben wir auf jeden Fall genügend Energie über. Ach so, true. Wir gehen hier auf maximale Produktivität. Und ich glaube, hier könnten wir tatsächlich einen Effektverteiler vertragen, oder? Ja, definitiv. Dann sieht das mit der Energie wahrscheinlich schon wieder anders aus. Ich weiß gar nicht, wo wir die hinsetzen wollen, ehrlich gesagt. Müssen ja nicht alle davon betroffen sein. Andererseits brauchen wir auch gar nicht so viel. Ja gut, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder schleppen wir das Beryl da hoch, oder wir holen diese Lieferkapseln runter. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und da wir das aber hier schon hingestellt haben, würde ich fast sagen, wir schleppen die Lieferkapseln runter. 1k. Machen wir weniger. Da geht's.